Hallo Arne, hallo Holger, könnt ihr euch noch erinnern? So hat es begonnen, am 19.04.2011. Die erste Folge, Mann, ist das lange her, acht lange Jahre. Ich kann mich noch erinnern, dass Arne mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, ich mache einen Podcast, da musst du mal reinhörchen. Und ich dachte, reinhörchen, Podcast, wo rein, Radio, Kassette, was? Da musste Arne erst mal mich an die Hand nehmen und mir erklären, was ist ein Podcast. Das kannst du so und so hörchen. Okay, das horche ich mal. Ja, und ich kenne Arne jetzt ja auch schon ein klein wenig länger. Und ich dachte mir nur so, Mensch, das passt total cool. Geile Team, geiler Partner, geiles Team. Super, macht weiter so. Ich glaube, ich habe vor langer, langer Zeit auch schon mal ein Audiokommentar geschickt und habe auch nur gesagt, macht bitte weiter so. So habe ich, glaube ich, auch bei iTunes kommentiert. Und ihr habt weitergemacht. Ihr steht heute bei Folge 257, acht Jahre später. Und ich habe euch so gerne zugehört. Es war ein Riesenspaß. Ich finde es so ein bisschen schade, dass ihr mit diesem coolen Nerd Talk aufhört. Denn die meisten Themen haben mich einfach aufgegriffen, wo ich sage, ey, geil, Filme, Serien, Technik und noch so viel mehr, wo ich sage, das passte, das passte echt gut. Das hat mir Spaß gemacht und ich habe euch gerne gehört. Klammer auf, Schande über mein Haupt. Ich war tatsächlich mal eine Zeit lang so ein bisschen hinten ran. Aber Gott sei Dank bin ich über lange Zeit viel durch Deutschland getourt und konnte schnell, schnell viel, viel nachholen. Und die letzten anderthalb Jahre war ich dann noch up to date. Also echt super. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Und ich muss sagen, ich freue mich auf das Nachfolgeprojekt. Aber ich werde ein wenig Dottie-Minist-Left nach weinen. So ein kleines bisschen. Aber heute ist kein Tag zum Trauern, denn ihr habt heute das Finale. Es war in der 57. Folge. Da sollen wir wahrscheinlich zurückschauen und das werdet ihr auch machen. Was man aber eigentlich auch immer machen sollte, man sollte mal so ein bisschen die Lorbeeren einheimsen. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank. Das habt ihr echt super gemacht. Ich war immer total unterhalten. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ihr werdet mir fehlen. Aber ich freue mich auf den Nachfolger. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der letzten Folge. Ich freue mich darauf, sie schnellstmöglich zu hören. Ja, dankeschön. Viele liebe Grüße von jetzt aus dem ganz hohen Norden. Ich wünsche euch was. Tschüss. Mensch, Mensch, Mensch. Prost Arne und herzlich willkommen zu Folgenummer, was hat er gesagt, 254? Prost Holger, richtig. Wir trinken heute Black Energy Mango Flavor Samurai. Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Lecker. Mango, ja. Ja. Ich mag Mango sehr, sehr gerne. Ich auch. Ich auch. Das ist total gut. Ich habe noch nicht Mango Eis gegessen. Das war auch sehr gut. Ich schneide mir häufig Mango in meinen Joghurt, den ich mir zur Arbeit nehme. Auch gut. Ja. Vielen lieben Dank für diese netten Worte und diese schöne Einleitung hier zu unserer letzten Folge. Ja, lieber Nils, vielen Dank. Du bist der Einzige, von dem ich weiß, dass er uns immer gehört hat. Vielleicht bist du tatsächlich der Einzige. Ja, und die ganzen Twitter-Accounts, die uns immer Kommentare schicken. Das stimmt. Oliver Oakfield und sowas. Ja, das ist genau. Vielleicht sind das alles Fake-Accounts von Nils. Wir wissen es nicht. Aber, ja. Schönen Dank, schönen Dank. Es waren tatsächlich acht sehr schöne Jahre. Ich denke auch immer gerne wieder daran zurück und freue mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam damals gestartet haben. Holger und ich, der, wie du sagst, so geil ist. Ja. Es war ein sehr, sehr schönes Projekt. Du hast recht, 19.04.2011, also wo dieser Podcast rauskommt, sind wir ein bisschen über unseren acht Jahren drüber. Aber hat sich jetzt so ergeben in den letzten Tagen oder in den letzten paar Wochen war ein bisschen, ich will nicht sagen, stressig bei uns. Wir haben ja zusammen was gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht getroffen hätten. Aber wir sind halt in Heidepark gefahren, zum Achterbahnfahren und das war irgendwie interessanter als Podcast-Folge aufnehmen. Richtig. Das könnt ihr übrigens nachhören bei Schlechtes Netz. Das ist der Podcast von Bastian Schlingel-Wölfle. Schönen Gruß. Ich weiß nicht genau wann, ehrlich gesagt. Ich schätze, es kommt in so einer Woche raus. Weil der hat ja sein Patreon-Kram und das kommt immer dann live für alle und zwei Wochen später für alle anderen oder so. Genau, ich habe die Folge schon gehört in dem Patreon-Feed halt. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Also wer gut ist, der gibt natürlich Bastian Geld für seinen Podcast. Der ist schlechtes Netz. Also so schlechtes Netz, habe ich es sonst noch nie gehört. Das war ja auch. Also der Podcast von Basti, der nimmt halt normalerweise übers Telefon auf und deswegen schlägt das Netz. Wir hatten ja aber kein schlägtes Netz. Wir hatten einfach nur sehr viel Umgebungsgeräusche von der Autobahn. Richtig. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, Arne. Vielleicht hätten wir nicht Cabo gefahren sollen. Ja. Das ist unsere letzte Folge. Richtig. Weißt du noch, wie wir den ganzen Podcast eigentlich angefangen haben? Oder wo wir auf die Idee gekommen sind, in diesem Podcast zu fahren? Wo wir auf die Idee gekommen sind, weiß ich noch. Das war nämlich irgendwo in der Nähe von der Spitaler Straße so ein Balsak-Café oder so. Im Double-Café. Im Double-Café, richtig. Wo man einen Kaffee bestellt und zwei bekommt. Richtig. Und dann habe ich dir gesagt, hey, ich habe schon eine Idee für den Namen für diesen Podcast. Das ist nämlich, pass auf, Dirty Minutes Left, weil die Folgen werden 30 Minuten lang. Ja. Und Dirty, weil wir reden ja auch über Erwachsenen-Themen, weißt du Bescheid, weil das coole Wortspiel und so. Und du hast gesagt, hä? Ja, ja, okay, meinetwegen. So, im Nachhinein betrachtet würde ich wahrscheinlich keinen englischen Titel mehr für einen deutschen Podcast nehmen. Dafür ist die englische Podcast-Welt einfach zu groß. Also, das hätte ich im Nachhinein anders gemacht. Ansonsten bin ich mit unserem Werk sehr zufrieden. Alles, was wir irgendwie gemacht haben, bin ich auch im Nachhinein nicht fremdschämenmäßig drauf. Ja, und diese 30 Minuten, das haben wir auch relativ lange durchgezogen. Also, dass wir tatsächlich 30 Minuten vorhin gemacht haben. Aber irgendwann haben wir gesagt, okay, komm, hier, heute haben wir so viel zu erzählen, machen wir bald Double-Time. Und irgendwann haben wir gesagt, ach komm, diese künstliche Beschränkung auf 30 Minuten kann man auch aufhören und aufheben. Und ja, so sind wir halt zu diesem Format gekommen, was wir jetzt heute noch haben. Richtig. Und wir haben ja angefangen mit genau einer Vorgabe. Wir trinken jede Folge ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. War das schon in der ersten Folge? Das war schon in der ersten Folge so. Wir hatten ja auch diese Liste auf unserer Website, wo man nachlesen kann, welche Getränke wir alle getrunken haben. Es waren schon echt wahnsinnig viele. Nämlich 200, ich würde schätzen 240 insgesamt. Wir haben etliche Folgen ausgelassen. Club Marta haben wir zweimal getrunken. Einmal in Folge 1 und einmal in Folge 12. Aber das lag darin, dass das eine andere Sorte war, oder nicht? Nee, nee, nee. Dann in Folge 217 haben wir zum Beispiel Club Marta Eistee nochmal getrunken. Also das war tatsächlich die gleiche Club Marta. Und wir haben auch am Anfang gedacht, also okay, das mit den koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken, die nicht auf Kaffeebasis sind, zu trinken, das halten wir sowieso nicht so lange durch. Es gibt ja gar nicht so viele. Richtig, richtig. Es gibt gar nicht so viele. Aber jetzt haben wir Folge 257 und es gibt halt immer noch neue Sachen, die man entdeckt. Es gibt, glaube ich, auch etliche von denen, die wir getrunken haben, nicht mehr. Auf jeden Fall. Was warst du deinen Lieblings- oder den, an den du dich am meisten erinnern kannst? Einer von denen, wo ich mich am meisten dran erinnere, war natürlich Premium-Cola, weil wir den Uwe Lübbermann zu Gast hatten. Wir haben uns in einer unserer, in dieser Folgenzählung nicht auftauchenden Sonderfolgen, ich glaube, die eine von zweien hatten wir, da hat er uns erzählt, was sein Konzept Premium-Cola so ausmacht. Und daran erinnere ich mich natürlich noch sehr, an den Geschmack der Cola nicht so. Dann gab es eine Cola. Da hatten wir, ich glaube, in der Folge haben wir auch keine Cola getrunken, weil er hatte uns andere Getränke mitgebracht. Die Premium-Cola hatten wir vorher schon mal getrunken. Und er hat sich dann, ich will nicht sagen beschwert, aber hat gesagt, wir haben das falsch zusammengefasst. Er wollte mal vorbeikommen und uns das erklären. Ich glaube, so war das. Ja, das kann gut sein, ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Dann erinnere ich mich, wir hatten mal eine Cola, ich glaube, die hieß Bio-Cola oder so. Und die war unfassbar widerlich. Und ich habe sie nicht ausgetrunken. Und das war echt ein scheußliches Machwerk von Getränk. Und ich bin froh, dass wir so wenige von dieser Art hatten. Ich glaube, es gab noch ein anderes, was ich nicht ausgetrunken habe. Aber erinnerst du dich noch an den Currywurst-Trink? Natürlich erinnere ich mich an den Currywurst-Trink. Der war nicht so schlimm, weil da wusstest du im Vorhinein, was dich erwarten wird. Nämlich Currywurst-Geschmack. Tatsächlich war der echt nicht so schlimm. Also ich fand ihn, es ist schon relativ eigenartig so, aber man kann ihn trinken, weil Currywurst ist halt ein bekannter Geschmack. Diese Bio-Cola, wie sie hieß, oder Mio-Cola, ich weiß es nicht mehr sogar, die war halt einfach wierlich. Also du hast halt irgendwie Cola erwartet und hast irgendwie ein sehr saures, zitronenhaltiges, colaartiges Getränk gekriegt. Und es war einfach nicht schön. Folge 155, Original-Lakritz-Classic-Trink. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Oh nee, ich auch nicht. Folge 155 war kurz bevor wir unseren Feed umgestellt haben und unsere Domain umgezogen sind. Was dazu geführt hat, dass uns etliche Hörer abgesprungen sind, weil diese Feed-Portierung nicht funktioniert hat. Das war ein bisschen doof. Ja. Aber ich glaube, alle, die uns hören wollen, die hören uns auch jetzt noch. Ja. Ich finde ja immer noch diesen Ständer-Trink ganz gut, der irgendwie auf Münze-Basis war. Oh, erinnerst du dich noch an kalte Muschi? Rotwein mit, was war das? Rotwein mit Cola. Haben wir das getrunken im Podcast? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Und erinnerst du dich an diesen einen Energy-Drink, wo ich dachte, der schmeckt aber seltsam. Und dann war das ein alkoholisches Getränk, obwohl ich das gar nicht geahnt hatte. Nee, erinnere ich mich auch nicht. Und dann war das aber irgendwie morgens um 10, wo wir das aufgenommen haben, weil wir eine Zeit lang ja morgens aufgenommen haben, was für Energy-Trinken natürlich erheblich besser ist, aber das fand ich ziemlich witzig. Ja. Ja, wir haben schon lustige Sachen getrunken. Dr. Pepper Vanilla Float, sehe ich gerade, das hört sich lecker an. Ich weiß nicht, Folge 159, muss ich vielleicht nochmal reinhören. Raketenbrause von den Rocket Beans, das sind ja diese, haben wir auch mal selber gemacht, so eine Dirty Man's Left Energy-Drink. Das sind ja diese, bestellt sie jetzt, so ein 0815-Drink, kannst dann ein Label hinschicken und die drucken das da rauf. Ja, genau. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ist aber lustige Sache. Ja. Auch vielen lieben Dank an die ganzen Leute, die uns immer mal wieder Drinks geschickt haben. Da gab es ja einige von. Das war halt immer lustig, weil man halt auch so Sachen bekommt. Also viele von diesen Drinks sind ja tatsächlich regional. Also wir haben viele Energy-Drinks oder Colas getrunken, die halt aus Hamburg kommen, die du halt woanders in Deutschland nicht oder nur sehr schwer findest. Und genauso haben wir halt Getränke bekommen aus Österreich oder aus Süddeutschland, die wir halt hier oben nicht bekommen hätten. Genau. Ja, vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja, und du hast ja auch von deinen Reisen immer mal wieder was mitgebracht, genau wie ich, wobei ich nicht so weit gereist bin wie du, aber ich habe, glaube ich, aus den Niederlanden mal was mitgebracht und aus den USA, glaube ich, auch. Aber ja, ich erinnere mich eben, als ich nach Frankreich gezogen bin, da haben wir vorher auch relativ viel eingekauft, damit jeder von uns die gleichen Drinks hat. Und haben uns immer regelmäßig zwischendurch getroffen. Nee, unregelmäßig, aber oft, um auszutauschen. Genau, und ich hatte halt, in Frankreich hatte ich so eine Kommode in dem einen Zimmer stehen und die ganze, also so eine Malmkommode, so einen Meter breit und 40 Zentimeter tief und die stand halt voll mit Getränken. Davon haben wir tatsächlich einige auch getrunken, nachdem sie schon abgelaufen waren. Weil wir nicht hinterher kamen, glaube ich. Und ich habe die auch, ich habe die irgendwann nach Ablaufdatum sortiert und dann gesagt, okay, heute müssen wir den trinken, weil der ist nur noch, der ist schon seit einer Woche überlaufen, aber die anderen. Ja, 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 doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Irgendwann hatten wir mal 57 Drinks oder so rumstehen. Das war so 2015 vielleicht. Ja. Ja, war sehr, sehr lustig. War eine sehr schöne Zeit, aber es wird ja auch nicht, wird ja auch nicht komplett enden. Wir machen ja ein Nachfolgeprojekt. Genau. Hier ist auch nett. Genau. Die Domain ist da, der Feed ist da, sollte in jedem Podcatcher zu finden sein, der auf dem iTunes-Verzeichnis basiert. Genau. Hier ist auch nett, also IS, nicht mit T. Und nicht mit ISS. Genau. Hat nichts mit Essen zu tun. Ich habe mir tatsächlich irgendwie fünf Domains gekauft. Also nicht fünf, aber hier ist auch nett.de. Hier ist auch .net. Hier ist auch .net. Also damit die Leute es auf jeden Fall finden können. Ja. Und dann überall eine Umleitung gemacht. Genau. Das landet nachher alles auf hier ist auch .net. Und auf meiner Domain holgerkrupp.de, da findet man auch nochmal einen Link dazu. Und auf compendion.net ist es auch verlinkt. Ja. Also wer möchte, kann uns dort dann auch abonnieren und den neuen Podcast, der dann aber noch nicht startet. Also der startet dann irgendwann im Juni wahrscheinlich. Genau. Wahrscheinlich kurz vor deiner Abreise. Ja, da können wir eine erste Folge aufnehmen. Genau. So mit packen und vorbereiten. Ja. Ja. Übrigens, ich habe gar keine Zeit. Ich bin jetzt am Packen. Okay, tschüss. Genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich werde nämlich ein Jahr, ich will nicht sagen auf Weltreise gehen, aber so ein bisschen auf Weltreise gehen. Ich fange halt an irgendwie, ich fliege nach Chile und gucke mir da die Sonnenfinsternis an, beim European Southern Observatorium. Da hat mich Tobi Beyer draufgebracht, der vom Einschlafen-Podcast, weil der hat irgendwann gesagt, ey, das will er machen mit seinen Kindern. Und dann habe ich gesagt, oh, keine schlechte Idee, Sabbatical will ich eben machen. Dann starte ich damit halt, habe mir ein Ticket gekauft und dann irgendwann meinte ich so, Tobi, ey, ich habe ein Ticket, du auch? Ja, nee, wir haben uns anders entschieden. Okay, dann fliege ich da alleine hin, kein Problem. Ja, und damit fängt es halt an. Und dann habe ich ein Airbnb-Zimmer für vier Nächte oder fünf Nächte und das war es. Mehr hast du noch nicht geblieben? Nein, ich habe noch einen Mietwagen gebucht, weil ich muss ja irgendwie so zu diesem European Observatorium hinkommen, weil da ist nicht so leicht hinzukommen. Deswegen habe ich für vier Tage auch einen Mietwagen und das war es halt. Das heißt, du wirst, wenn du da bist, weiter planen? Ja. Oder willst du das auch? Ja, nee, ich will halt, ich weiß halt so grob, wo ich lang reisen möchte. Das können wir dann in der ersten Folge hier das auch nett sagen. Sehr gut. Aber so viel sei gesagt, wenn es mir eben gut gefällt, dann möchte ich einfach länger bleiben können. Und wenn es mir jetzt schon am ersten Tag gut gefällt, am ersten Ort gut gefällt, dann will ich es halt auch verlängern können. Und in Wirklichkeit war es so ein Jahr in Chile. Vielleicht war ich auch hinterher ein Jahr in Chile. Nee, das wird nicht passieren, weil ich habe mir ja bei dem Jahr ein bisschen was vorgenommen, was ich mir angucken möchte und so. Ja, da gibt es auch ein paar Gewissenskonflikte, die mich bei dieser ganzen Sache echt, gerade so in den letzten Monaten, die sehr hochgekommen sind. Weil ich werde halt in diesem Jahr sehr viel reisen oder sehr viel fliegen. Und das ist ja so fürs Klima nicht so gut. Ja. Und ich werde Orte besuchen, die es vielleicht in 20 Jahren nicht mehr gibt, wegen des Klimawandels. Ja. Und das ist so ein bisschen der Konflikt da drin. Deswegen, ich werde halt, wenn ich daran denke, aber eigentlich werde ich alle Flüge, die ich da mache, CO2 kompensieren. Willst du das nochmal erklären? Genau. Also was man machen kann, es gibt so Webseiten wie zum Beispiel Atmosphäre. Da kann man eingeben, welche Strecke man fliegt und dann schätzen die den CO2-Verbrauch, den man da hat. Und den kann man dann wieder gut machen. Also man kann dort an Atmosphäre Geld spenden und die benutzen dieses Geld dann, um Projekte zu finanzieren, die helfen, den CO2-Fußabdruck in der Welt zu verringern. Also beispielsweise energieeffiziente Öfen in Schwellenländern oder in Entwicklungsländern zu finanzieren, sodass die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, Öfen auf Holzbasis oder sowas zu benutzen, sondern einfach Sachen zu benutzen, die energieeffizienter sind. Und dadurch wird halt der gesamte weltweite CO2-Ausstoß verringert. Das macht den Flug nicht unbedingt besser, aber immerhin wird damit gefördert, dass es woanders runter geht. Wie sieht denn das insgesamt aus, die CO2-Bilanz der Welt? Liegt das, zu wie viel Prozent sind Flüge daran schuld, dass es schlimmer wird? Das kann ich dir nicht sagen, aber zu einem großen Teil. Also generell Verkehr ist ein großes Problem. Also auch die große Industrie-Schifffahrt. Also wenn du dir irgendwie deine Sachen aus China bestellst, die halt mit dem Schiff herkommen oder sowas, das ist halt auch CO2-technisch nicht das Optimalste. Ja, auch der Fleischkonsum oder die Produktion von Fleisch ist halt auch ein großes Problem. Das ist irgendwie, glaube ich, 20 Prozent vom CO2-Fußabdruck ist halt irgendwie Fleischproduktion. Echt 20 Prozent? Das ist eine ganze Menge, ja. Deswegen, ich versuche halt auch meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ja. Ich tue auch was für die Umwelt. Ich kenne einen Veganer. Genau. Ja, Veganer werden, habe ich auch schon mal überlegt. Aber erst mal ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Das ist zu aufwendig, weil du so viel selber produzieren musst. Ja, das nicht. Aber du musst halt auf so viele Sachen achten. Also du kannst dann halt. Na, da gewöhnst du dich ja dran. Ja, aber du isst dann keinen Joghurt mehr und sowas. Also Vegetarier könnte ich mir halt schon eher vorstellen. Aber ich, und gerade, es gibt ja auch diese relativ neuen Fleischersatzdinger wie Impossible Burger und Beyond Burger. Beyond Burger gibt es bei vielen Burgerläden auch in Deutschland. Die halt auch ganz gut schmecken. Also ich esse ja gerne Fleisch. Ich will ja kein Vegetarier werden, weil ich Fleisch eklig finde. Ich würde ja Vegetarier werden wollen wegen des Klimas. Ja. Und deswegen ist so ein Fleischersatzstoff halt für mich ideal. Also ich würde halt auch bei McDonalds oder bei Burger King dann vielleicht so einen vegetarischen Burger essen, wenn er halt schmeckt wie Fleisch. Okay, ich bin jetzt nicht so der McDonalds-Fan, aber für mich, das wäre ein gutes Produkt für mich. Für jemanden, der halt darauf achten möchte, weniger Fleisch zu essen. Ich habe mir das angewöhnt bei Pizzen. Das stimmt natürlich nur halb. Wir haben gerade eine gegessen, da habe ich Meeresbrüchte drauf gehabt. Aber immer wenn ich Pizza bestelle, dann bestelle ich mir gerne so eine Gemüsepizza, weil die einfach geil ist. So, und das reicht mir völlig. Ich muss da nicht irgendwie eine triefende Salami drauf haben, was ich auch sehr geil finde. So ein Salami Supreme oder so. Aber die Gemüsepizza ist halt auch geil. So, und dann nehme ich halt die. Ja, wir haben heute, wir haben bei uns zur Zeit in der Kantine so eine Bowl Week, wo du halt irgendwie so eine Bowl bekommst. Und heute war es eine vegetarische Mexiko-Bowl. Ich weiß immer noch nicht genau, warum man das jetzt Bowl nennt und nicht einfach Salat. Wenn es in der Schlüssel kommt, ist es eine Bowl. Ja, aber das könnte auch eine Suppe sein. Richtig. Ich finde es halt diesen, egal. Also ich habe halt überhaupt gar kein Problem damit, vegetarisch zu essen. Aber ich esse halt auch gerne mal ein Steak. Wollte ich gerade sagen. Ich habe halt auch kein Problem damit, einfach mal ein Steak zu essen, weil das einfach super lecker ist. So, das Problem ist eigentlich auch nicht so der Fleischkonsum, sondern die Menge meines Fleischkonsums und die Menge der Menschen, die Fleisch konsumieren. So, das ist halt das Beides, was irgendwie blöd ist. Naja, wir sind jetzt ganz schön abgeschweift vom... Richtig, von unserem eigentlichen Vorhaben. Wir wollten nämlich einfach miteinander quatschen. Genau. Wie wir das ja immer so tun. Das wäre auch extrem schade gewesen, wenn wir kein Nachfolgeprojekt gemacht haben. Ich bin sehr froh, dass wir das in die Wege geleitet haben und stattfinden lassen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie regelmäßig das passieren wird. Wir versuchen schon irgendwie einen einigermaßen sinnvollen Tonus zu finden. Aber da selbst Holger nicht weiß, wo er ist, weiß auch das Internet nicht, wo Holger ist. Und wenn das Internet nicht weiß, wo Holger ist, dann kann es natürlich auch da noch nicht funktionieren. Genau, es wird auch Zeiten geben, wo ich halt einfach kein Internet habe. Also ich plane unter anderem Freunde von mir oder einen Freund von mir mit einem Freund von sich selber. Die sind unterwegs mit einem Segelboot einem um die Welt. Und da werde ich wahrscheinlich eine Strecke mit segeln. Und die Strecke, die ich mir ausgesucht habe, ist von New York nach Bermuda. Ja, und da ist wahrscheinlich nicht so viel mit Internet. Hm, tja, das erscheint mir plausibel. Ja, also das wird alles eine Herausforderung, ein Spaß. Aber es ist ja nichts, was man nicht lösen könnte. Richtig, also wir werden wahrscheinlich keine Folgen vorproduzieren, weil das einfach Quatsch ist. Ja. Sondern gegebenenfalls, ich meine, vielleicht findest du dann ja irgendeinen spannenden Fischer, mit dem du gerne eine Weile redest. Dann nimmst du das auf und dann schmeißen wir halt hinterher drei Folgen in den Feed. Genau, und dann könnt ihr alle spanischen Fischer zuhören. Nein. Ich sagte spannend, nicht spanisch. Nein, wir gucken mal, was ich damit machen kann, was wir damit machen mit dem Feed. Also es wird vielleicht Folgen geben, wo du nicht immer dabei bist. Genau. Aber wir werden schon ab und zu mal versuchen, miteinander zu telefonieren und das da irgendwie reinzustellen. Richtig. Und wie ihr uns auch kennt, wir werden abschweifen und wir werden vielleicht auch mal über Videospiele spielen. Mit wem soll ich denn sonst über Videospiele reden? Also wirklich. Und über Technik können wir dann nämlich auch reden. Zum Beispiel können wir reden dann über die neuen AirPods. Ja, wir können über die ganze Technik reden, die dir in dem Jahr verloren geht oder kaputt geht. Genau. Ich werde tatsächlich relativ viel Technik mitnehmen, also Kameras und sowas vor allen Dingen. Ja. Mal gucken. Darüber können wir in unserer ersten Folge reden, wenn ich packe. Was du an Technik mitnimmst? Ja. Nimmst du deine AirPods mit? Ja, ich nehme meine AirPods mit. Und tatsächlich, ich habe mich ein bisschen geweigert eigentlich. Ich glaube, ich habe da letzte oder vorletzte Folge schon mal darüber berichtet, dass meine AirPods nicht mehr so gut sind. Dass die nur noch so gerade eine Folge minutenweise Matrix aushalten. Wobei wir mit aushalten hören meinen und nicht aufnehmen. Genau. Leider. Und es wurde halt immer schlimmer. Ich konnte halt irgendwie nur noch zehn Minuten hören, wenn ich unterwegs war in der Kälte mit Fahrtwind oder sowas. Und sobald ich einen Anruf bekommen habe, sind die halt auch ausgegangen. Weil dann wurde das Mikrofon eingeschaltet und dann haben die AirPods gesagt, Arrivederci, wir wollen nicht mehr. Ja. Und es wurde mir einfach zu nervig und zu stressig. Und jetzt habe ich mir die neuen gekauft. Was hast du bezahlt? 180 Euro? Ja, 179 Euro im Apple Store. Ich bin auch hingehen. Ich habe versucht. Zu handeln? Ja, nicht zu handeln. Aber ich habe versucht. Fast letzte Preis. Ja. Ich bin hin. Das ist ja so, du gehst zum Apple Store. Die begrüßen dich. Ja, aber was können wir gegen sie tun? Ich so. Die Dinger sind scheiße. Ich so. Ach, wieso? Was ist denn damit? Ich so. Die halten nicht mehr lange. Ich brauche neue. Und dann wollte ich. Ja, okay. Wir gucken mal nach. Ausdeutschen. Der Typ wusste halt auch nicht genau, was das kostet. Aber die Austauschbatterien von den Airpods sind halt teurer als neue Airpods. Das ist völliger Wahnsinn. Also wenn du einen Airpods austauschst, also eine Seite, kostet das 80 Euro. Das heißt, wenn du beide austauschst, hast du 160 Euro. Und wenn du das Case austauschst, kostet nochmal irgendwie 60 Euro dazu. Das sind 240 Euro. 210. Oder 210. Ist egal. Auf jeden Fall mehr. 210 ist auch Quatsch. 220 wäre es gewesen. Auf jeden Fall mehr als 180. Ja. Und deswegen habe ich halt mir neue Airpods gekauft. Ja. Das heißt, du hast jetzt wie lange die alten benutzt? So ungefähr zwei Jahre. Was hast du für die bezahlt? Auch 180? Auch 180, ja. Was kostet das dich dann monatlich? 7,50 Euro kosten die Airpods monatlich. Das hast du wohl schon mal ausgerechnet, oder? Ja. Es gibt ja die Meinung von John Syracuse, kennst du vielleicht? Ja. ATP und so. Ja. Und der sagte, er würde für die Benutzung seiner Airpods 10 Dollar pro Tag bezahlen. Weil er die einfach unfassbar geil findet. Die sind sehr geil. Ich würde nicht dauerhaft 10 Dollar pro Tag. Ich würde keine 3.650 Dollar im Jahr bezahlen für die Airpods. Nee, ich auch nicht. Aber diese Aussage von ihm hat mich ja damals dazu gebracht, vor ein paar Monaten welche zu kaufen. Ja. Und 10 Dollar im Monat oder 10 Euro im Monat sind mir die wert. Es ist natürlich, ich finde es immer noch bekloppt, dass ich jetzt eigentlich sehr gut funktionierende Airpods wegschmeißen muss, nur weil die Batterie kaputt ist. Ja, Nachhaltigkeit und so für den Arsch. Genau. Ich hatte mal eine Petition, ich habe eine Petition gestartet, wo man vielleicht mal ein Gesetz machen sollte, um den Austausch von Batterien billiger zu machen als das Gerät. Ja. Also irgendwie 10 Prozent vom Neupreist des Gerätes maximal irgendwie so. Ja, das kannst du natürlich nicht machen. Ja, aber wäre gut. Das wäre total super, ja, in der Tat. Naja, auf jeden Fall, ja. Neue Airpods, glücklich. Neue Airpods, ja, die haben jetzt noch so eine Funktion, ich kann jetzt Hey Dinges sagen und Dinges redet da mit mir, ohne dass ich aufs Telefon drücken muss. Das benutze ich aber gar nicht. Also Dinges ist hier der Assistent, ne? Wie heißt die noch? Salina. Genau, Salina. Hey Salina. Ja. Nee, aber es ist... Können die sonst irgendwas? Haben die nicht noch mehr neue Features gekriegt? Also ich meine, du hast jetzt die mit dem nicht kabellos Case genommen. Der Ton ist ein bisschen anders. Also besser. Muss ja, weil es ja besser, weil... Ja, ich höre halt nur Podcast damit, deswegen ist es mir so scheißegal, wie die klingen, ne? Ja, okay. Oder ich habe hauptsächlich Podcast damit. Ne, aber es ging mir so auf den Geist, dass das nicht mehr richtig funktioniert hat, deswegen musste ich neue kaufen. Ich bin heute Morgen wieder Bahn gefahren, ne, heute Mittag und wusste aber schon, dass meine Airpods mir den Schall in der Standard-Hamburger S-Bahn nicht genug abschirmen und deswegen habe ich lieber meine Beats X genommen. Weil die halt so ein bisschen isolierend sind und ich damit den ganzen Quatsch von den Leuten um mich herum nicht mehr hören muss. Und dafür sind die Beats tatsächlich erheblich besser. Also ich benutze die Airpods sehr viel im Büro, weil wenn mich dann jemand anspricht, dann kriege ich das mit. Aber die sind ja sehr durchlässig, was das angeht. Und dafür finde ich die Airpods ganz gut, aber zum Fahrradfahren zum Beispiel würde ich die Airpods nicht benutzen, sondern lieber die Beats. Dann hast du aber die Gefahr, dass du den Verkehr nicht mehr hörst. Dann höre ich nur das Rauschen nicht mehr. Ich höre ja alle Geräusche im Grunde genauso. Ja, ich höre halt beim Fahrradfahren habe ich halt den Airpods auf einer Seite, meist auf der Verkehrsabgewandten Seite. Außer wenn die kaputt sind und ich dann wechseln muss, weil da Strom und alles, ne. Nein, bei den neuen halt immer wieder auf der Verkehr. Deswegen war auch ein Airpods, also der rechte Airpods, der war mehr kaputt als der linken. Weil du immer auf der rechten, ja klar. Weil ich die meiste Zeit auf der rechten Seite höre. Ja. Aber kannst du denn dann die Podcasts noch verstehen? Weil wenn ich die Kollaustraße zum Beispiel mit dem Fahrrad runterfahre, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die ist so südlich von Niendorf hier in Hamburg. Und da ist halt, das ist eine dreispurige Straße, also sechsspurig insgesamt. Ich fahre halt nicht lang. Die ist wahnsinnig laut. Da fahre ich halt nicht lang. Ich fahre halt hier, ich fahre Sandturkei, hinten Landungsbrücken lang und dann Hafenstraße und dann durch den Wald. Ja, okay. Also da ist es alles okay. Aber im Wald kann man auch beide reinmachen. Ja. Ja. Naja. Das finde ich übrigens sehr geil an den Airpods, dass du einfach einen rausnehmen kannst und dann spielt dir das Mono weiter. Also du musst dann zwischendurch Play rücken, aber du kannst halt Mono hören und dann beide reintun und dann spielt er das Stereo. Und das finde ich sehr, sehr geil, das Feature. Weil das machen meine Beats natürlich nicht, weil die keinen Sensor drin haben, ob du die im Ohr hast oder nicht. Naja, wie gesagt, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich schwach geworden bin und tatsächlich die Dinger schon wieder gekauft habe, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Das ist eine hervorragende Überleitung. Schwach geworden ist nämlich auch mein Akku von meinem iPhone 7 Plus, was ich ja schon seit über zwei Jahren besitze. Und über zwei Jahre heißt natürlich immer, Apple schert sich einen Scheißdreck darum, was mit dem Gerät ist. Und neulich ist es ausgegangen, also es ist mehrere Male ausgegangen und ich habe dann versucht, den Akku zu kalibrieren. Das heißt, ich habe es halt voll geladen, auch noch mehrere Stunden am Strom gelassen danach, dann komplett leer gemacht seitdem. Und immer wenn es ausgegangen ist, ein paar Minuten gewartet, das wieder angemacht und dann wieder leerlaufen lassen. Weil der Akku hat halt zwischendurch so Dinge angezeigt wie 17 Prozent, nachdem ich es gerade eben habe leerlaufen lassen und dann mal 5 und dann 19. Und dann hat es irgendwann gesagt, so okay, übrigens, ich bin jetzt in den, der Akku ist kaputt, ich fahre mal die Leistung des Gerätes runter, damit er nicht zufällig ausgeht. Modus gegangen. Und da habe ich gewusst, okay, gut, jetzt ist der Zeitpunkt für einen neuen Akku gekommen, weil es ist ja leider bislang kein Nachfolger für ein iPhone SE vorgestellt worden, was ich sofort kaufen würde, wenn es käme. Aber gibt es nicht und deswegen kaufe ich mir jetzt für meinen Telefon einen neuen Akku. Und im Gegensatz zu den kleinen Akkus in den AirPods sind die großen Akkus für das Telefon günstig. In der Tat. Ich habe jetzt nämlich bei ifixit.eu, glaube ich, ich glaube, die sitzen in den Niederlanden, ich bin mir da nicht ganz sicher, habe ich mir ein neues Set bestellt zum Einbau. Ich hätte auch den Akku so genommen, weil die Werkzeuge habe ich alle zu Hause, weil ich schon meinen iPhone 6 auseinandergenommen habe. Aber ich glaube, bei diesem iPhone 7 Plus wird der Bildschirm verklebt und deswegen habe ich so ein Einbauset genommen, was fünf Euro mehr gekostet hat. Und der Versand kostet fünf Euro und da bin ich insgesamt bei 35 mit. Also du lässt es nicht bei Apple tauschen? Nein. Nein, das will ich nicht bezahlen, habe ich keine Lust zu. Ich dachte, die hätten da jetzt auch noch so einen relativ günstigen Akkutauschkram. Ich glaube, das ist nur für Telefon oder das war, glaube ich, im kompletten letzten Jahr, aber jetzt nicht mehr. Okay. Nee. Und abgesehen davon habe ich auch keine Angst davor, das Gerät auseinanderzunehmen und wieder zusammenzulegen. Und es ist eh keine Garantie mehr drauf. Richtig. Ja. Deswegen kann ich dann auch gleich irgendwie noch ein paar LEDs einbauen und tieferlegen und so, wie man das so macht. Mhm. Und habe das bestellt. Ich hoffe, das kommt noch von meiner kommenden Deutschland-Tour, die ich nächste Woche mache. Ja. Naja, wir werden sehen, weil das Telefon ist halt so nicht mehr so gut benutzbar. Das hält irgendwie, also ich bin neulich zum Friseur gegangen, das ist von mir zu Hause zehn Minuten Fußweg. Und in der Zeit ist mein Akku von 49 aus 19 Prozent runtergegangen. Ja, das ist, ja. Aber die zwei Jahre ungefähr, das ist ja das tatsächlich, das ist halt die Lebensdauer von solchen Akkus, wenn man sie halt benutzt. Also wenn du sie halt viel benutzt und iPhone oder auch die AirPods benutzt, halt täglich. Ähm, und das ist halt auch der Nachteil von diesen, ähm, verbauten Akkus. Du kannst sie halt dann nicht am Ende ihrer Lifetime ausbauen. Das gleiche wirst du haben, weil ich sehe hier, deine Switch liegt dort, da ist das gleiche Problem. Richtig, da gibt es auch genau schon genug Meldungen, dass es... Genau, ich benutze meine Switch jetzt nicht, nicht so viel, jedenfalls auch nicht so viel unterwegs, überhaupt mit dem Akku. Mhm. Ähm, und da hoffe ich, dass es noch ein bisschen länger hält, aber da wird es halt eh nicht sein, ne? Wenn du halt einen Akku viel benutzt, geht er halt irgendwann kaputt und bei Geräten, die du jeden Tag benutzt, sind so zwei Jahre für Lithium-Ionen-Akkus normal. Das ist jetzt nichts Böses, was Apple da einbaut, damit der kaputt geht. Richtig. Ja. Also es ist natürlich schon doof, dass der kaputt geht und normalerweise verlieren die ihre Ladung einfach, ne? Also ich meine, der Akku in meinem Telefon hat gemeldet, er hat noch 86 Prozent maximal Ladekapazität. So, das ist okay, ne? Damit kann ich nach zweieinhalb Jahren Benutzung leben, so. Aber dass er halt einfach zwischendurch irgendwie sagt, nee, jetzt ist hier irgendwie falsche Ladung, das ist natürlich doof. Ja. Und da weiß ich halt auch nicht, ob ich da selber dran schuld bin, weil ich das ständig am Strom benutzt habe. Oder ob ich das zwischendurch einfach mal hätte leerlaufen lassen müssen oder so, keine Ahnung. Da wollte ich mir jetzt auf jeden Fall, bevor ich den Akku das nächste Mal einbaue und benutze, mal die Apple-Richtlinien für Akkubenutzung durchlesen. Mhm. Was die so empfehlen, ähm, naja, mal gucken. Ja. Eine Freundin von mir, die promoviert tatsächlich im Bereich Batterien und Akkus. Ah, okay. Mal gucken, vielleicht kommt sie auf eine tolle Idee, wie man, wie man ganz tolle Akkus machen kann. Vielleicht ist es ja auch bei denen, die per Induktion geladen werden, irgendwie anders, dass die irgendwie, ich hab da keine Ahnung von. Nein, ich glaube, die Akkus sind ja die gleichen. Okay. Ähm, ja, Anne. Apropos Akku, wo wir schon dabei sind, mein Körper-Akku ist ja relativ voll geladen. Wir heißen, ich bin fett. Und deswegen. Du übertreibst ja immer sehr gerne. Also für unsere Hörer da draußen, die dich jetzt nicht kennen, du bist nicht wirklich fett. Nein, das ist richtig. Ich bin nicht wirklich fett. Ich wiege halt, wenn ich mal einen guten Tag hatte, wiege ich irgendwie 82 Kilo. Ja. Bei einer Körpergröße von 1,80. Also rein gewichtstechnisch ist das voll im Rahmen. Das Problem ist, dass ich praktisch null Muskeln habe, weil ich immer zu faul bin, die irgendwie zu generieren. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen abzunehmen. Und weil das gerade mir in den Kram passte, habe ich eine Diätwette mitgemacht. Es gibt so einen Podcast namens Alliteration am Arsch von Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. Reinhard Remford war kürzlich bei Minutenweise Matrix zu Gast. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße. Und die haben eine Diätwette bei DietBet.com gestartet. Und das war eine ganz witzige Aktion. Die haben irgendwie gesagt, also Reinhard hat das ins Leben gerufen und gesagt, ja, ich würde für uns beide irgendwie so eine DietBet machen. Das heißt, jeder von den beiden wirft 50 Dollar ein und wer von beiden das Ziel erreicht, nämlich 4% seines Körpergewichts abzunehmen in vier Wochen, der kriegt mindestens seinen Einsatz wieder. So und dann hat er gesagt, ja, und dann laden wir vielleicht noch ein paar Leute ein so und dann, wir machen das aber nicht für die große Öffentlichkeit. Und dann habe ich das aber irgendwie eine Woche später gesehen und konnte mich da problemfrei anmelden. Und dann waren da jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sind, glaube ich, irgendwie 108 Leute, die da jeweils 50 Dollar eingeworfen haben. Und wer sein Ziel erreicht, wer sein Gewicht abnimmt in der Zeit, der kriegt halt mindestens seine 50 Dollar wieder. Und wenn da zwischendurch irgendwelche Leute sagen, nee, es ist ja zu viel, weil. So viel kann ich auf gar keinen Fall abnehmen. Und lecker Schokolade. Genau. Dann ist halt Feierabend so. Also die kriegen dann ihr Geld eben nicht wieder. Und die anderen kriegen ein bisschen mehr. Und das Witzige dabei ist, ich habe jetzt ein bisschen Angst, zu viel abzunehmen, weil in den Statuten von dietbad.com steht drin, wer mehr als 12% abnimmt, der wird halt des Cheatens bezichtigt. Und dann musst du irgendwie nachweisen, dass du tatsächlich so viel abgenommen hast. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, weil das kannst du halt nicht nachweisen. Ich habe halt vor dem ersten Wiegen extrem viel gegessen an dem Wochenende. Du erinnerst dich an das Wochenende. Und habe mich dann gewogen und wog dann halt 82 Kilo, obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon vier Kilo abgenommen hatte und schon bei 78,7 war oder so. Und also quasi das Ziel von 78 Kilo schon fast erreicht hatte. Und ich habe halt keine Ahnung, ob ich nicht vielleicht zu viel abnehme. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst und deswegen esse ich auch zwischendurch meine Pizza mit Schrimps. Und ja, also in vier Wochen vier Kilo abzunehmen, das ist wirklich kein Problem. Ja, die einzige Möglichkeit ist, das zu beweisen. Obwohl, das kann man auch fälschen. Dann wäre jetzt so eine Internetwaage, die halt das alles aufzeichnet. Ich habe ja eine Waage, die das auch, ja, also wahrscheinlich wollen die dann ein Video von mir, wo ich auf der Waage stehe und mich da wiege. Das Problem ist, ich habe natürlich beim Initialwiegen kein Video gemacht. Und dann kriege ich halt im Zweifelsfall kein Geld wieder, was natürlich blöd wäre. Aber ich gehe davon aus, dass das alles im Rahmen ist und dass ich diese vier Kilo, also die 3,4 Kilo oder was das ist, problemfrei abgenommen kriege in vier Wochen. Also ich bin jetzt eine gute Woche in dieser Wette drin und mache mir da gar keine Sorgen. Das wird schon klappen. Da ist dann auch so ein Energydrink mit Zucker gar nichts, kann ich das Problem? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wenn ich weniger als 2000 Kalorien pro Tag zu mir nehme, dann nehme ich ab. Und sonst, wenn du einfach zu viel abnimmst, dann musst du einfach vielleicht ein paar mehr Sessions auf dem Sofa verbringen und irgendwelche Videospiele spielen. Das könnte ich brauchen. Hast du deinen Vorschlag? Ja, und zwar, du schwärmst dich aber so schön von Hollow Knight, dass es ein so sehr gutes Spiel sein soll. Ist es, ist es. Und das kommt nämlich jetzt raus als Retail-Version, also als Cartridge für die Switch. Ja. Ich bin ja nicht so der Fan von Spielen, die man sich nur runterlädt, weil ich habe ja sehr, sehr viele alte Spiele und wenn ich die nur runterlade, dann habe ich die halt nicht mehr. Ja. Also in Zukunft. Und ich möchte meine Switch-Spiele auch irgendwie noch in 20 Jahren spielen können. Und deswegen habe ich mir das Hollow Knight vorbestellt. Und das Lustige ist, in meiner Vorbestimmung steht noch, das kommt am 16. Juni an, wenn man es jetzt vorbestellt bei dem großen Versandhändler mit AMA, dann steht da irgendwie 1. Juli. Okay. Was nicht so ganz mit meinem Reiseplan zusammenpasst, weil ich das würde natürlich schon gerne mitnehmen. Da muss ich dann nochmal im Detail gucken, woran das liegt. Auf jeden Fall, das ist ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, weil ich habe jetzt auch noch mehrere Spiele, Listen gesehen mit so den besten Spielen der letzten Jahre und da ist dieses Spiel immer noch sehr, sehr weit oben. Zu Recht. Mich schreckt ja immer, mich hat das Design so ein bisschen abgeschreckt. Echt jetzt? Ja. Okay. Witzig. Weil gerade das Design finde ich sehr schön bei dem Spiel, weil das halt unendlich atmosphärisch ist. Also es ist wirklich sehr schön, diese ganze Welt, die du natürlich am Anfang gar nicht verstehst, aber du wirst halt sehr langsam reingeführt an das ganze Ding und es ist halt ein sehr gutes Metroidvania-Spiel deswegen, weil du alle Fähigkeiten, die du lernst zwischendurch, mit denen du zum einen besser kämpfen kannst und zum anderen dich besser fortbewegen kannst und es kommt aber alles sehr, sehr graduell. Okay, also du wirst von nichts überfordert im Grunde, weil du musst dir alles erkämpfen, was es gibt. Das Spiel ist schwer, du stirbst einige Male, das heißt halt, es ist halt so, also dann musst du halt immer wieder zu deinem Todesort zurückgehen, um dein Geo einzusammeln, die lokale Währung, sonst ist sie weg. Das ist mir auch schon mit diversen Geos passiert. Und das Spannendste an dem Spiel ist, ich meine, das überrascht heutzutage auch keinen mehr, weil das Spiel ist jetzt schon eine ganze Weile draußen, dass es einfach unfassbar viel größer ist, als du zu Anfang vermutest. Und wie gesagt, ich bin da sehr gespannt drauf. Das ist eins der Spiele, die ich spielen möchte während des Jahres, wo ich unterwegs bin, also meine Switch werde ich mitnehmen. Ich habe mir auch Celeste und The Messenger vorbestellt. Ja, glaube ich auch, sehr gute Titel. Die werden in so einer Limited Run, Dings kommen die, glaube ich, raus, oder Special Reserve, also so eine limitierte Version ist das nur, die kommen aber nicht rechtzeitig an. Der werde ich so, also ich, zum Glück habe ich, um Weihnachten herum werde ich meine Familie treffen und die werden mir das dann mitbringen können. Also ich lasse das halt irgendwie zu meinen Eltern schicken und dann sage ich denen, hier, holt mal diesen Schnipsi da raus und bringt mir den mit. Oder du müsstest zwischendurch mal eine Woche lang an einem Ort bleiben, damit du Post kriegen kannst. Ja, vielleicht. Nach Fidschi? Ja, Fidschi bin ich tatsächlich erst nach Weihnachten wahrscheinlich. Dann musst du aber jetzt schon losschicken, damit es dann da ankommt. Fidschi ist echt schön. Ja. Fidschi war ich ja, wann war ich da? 2015, ne? Ne, so lange ist das noch nicht her. Doch. Ich glaube schon. Echt? Ja. Oder 2016 oder 2015. Das ist schon ein bisschen her. Das ist, und ich war ja auch nicht lange auf Fidschi. Fidschi war ja, jetzt reden wir über Fidschi. Fidschi war ja nur so, hey, du wolltest doch, du warst in Asien und du wolltest nach Kalifornien, dann machen wir doch mal zwei Stunden Layover in Fidschi. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, wenn ich nach Fidschi fliege, dann will ich da auch bitte länger als zwei Stunden bleiben. 2015 war das, Oktober. Wow, okay. Und dann war ich eine Woche da in Fidschi und das war sehr schön. Dann werde ich diesmal länger bleiben, glaube ich. Ja. Ja, aber darüber wollten wir gar nicht reden. Nee. Sondern wir wollten reden, Hollow Knight, genau, Videospiele. Hollow Knight Combine. Was hast du gesagt? 1. Juli ist das Datum? Es steht jetzt bei Amazon, wenn man es bestellt. Amazon, jetzt hast du es gesagt. Oh. Ja. Aber Amazon ist sich auch immer mit seinen Daten sehr, sehr sicher, dass es vorher kommt. Ja. Das heißt, also wenn du jetzt ein Spiel bestellst, was 2019 rauskommen soll, dann steht da halt 31.12. da. So, und dann kommt es aber im August. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vorher kommt. Ja, ich bin, ich bin, ich warte mal. Also das stand halt erst, als ich es bestellt habe, stand da im 15. Juni und jetzt steht da halt 1. 1. Juli und es ist zwei Wochen verschieben. Es ist natürlich realistisch, das kann sich immer mal verschieben, Produkt, ne? Aber es wäre halt ganz dumm, weil die am 28. fliegen. Ja. Von Hollow Knight ist eine Limited Edition angekündigt worden für 70 Dollar, glaube ich. Und wenn man die aber aus den USA bestellt, dann kostet das 50 Dollar Versand. Und das mache ich nicht. So, ich bin zwar irgendwie ein bisschen bekloppt, was Limited Editions angeht, aber das auf keinen Fall. Vor allen Dingen bei Hollow Knight habe ich noch kein bisschen Geld nachgeworfen. Also ich habe das Testmuster gekriegt für das NMAC damals und würde da sehr gerne einfach mal Geld in die Richtung von Team Cherry schmeißen, weil das ein super Spiel ist. Und so eine Limited Edition bietet sich dafür an, aber nicht, wenn ich dafür davon irgendwie 45 Prozent des Preises an Versandkosten bezahle. Nee, aber. Und wenn die tatsächlich nach Deutschland kommt, über Amazon oder so, dann bezahle ich das. Ich habe eine Adresse in Kalifornien. Das ist die Alternative. Aber ich weiß nicht, ob die USA da tatsächlich weniger Versandkosten für braucht. Also die Seite, wo man das kaufen kann, ich habe vergessen, wie sie heißt, die ist halt auch blöde, weil wenn ich, ich habe gedacht, okay, dann bestelle ich halt irgendwie noch ein paar Plüschtiere dazu von Hollow Knight, weil die sind auch niedlich. Aber der Versand ist immer x Prozent des Preises, den du bezahlst. Ja, das ist dumm. Und dann zahlst du irgendwie, wenn du 200 Euro an Sachen kaufst, zahlst du trotzdem irgendwie deine 80 Euro Versandkosten für. Und das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Naja, worauf ich hinauswarte, am 28. fliege ich und am 28. kommt Mario Maker 2 raus. Aha, ja, das soll, glaube ich, ich glaube, das wird gut. Mario Maker, das kennt man ja vielleicht von... Das habt ihr in so Podcasts wie Dirty Miss Left schon mal gehört. Genau, für die Switch und für 3DS ist es erschienen. Und dann habe ich plötzlich auf beide Versionen gekauft. Da kann man halt Mario-Level bauen und dann spielen oder sich auch aus dem Internet welche runterladen. Und das ist ganz lustig. Da haben sie auch ganz coole Sachen, also irgendwie so Rätsel-Level und all solche lustigen Sachen sind da entstanden. Ja, und da kommt halt eine neue Version für Switch raus. Auch wieder mit neuen Grafiken und neuen Varianten. Also irgendwie, es gibt so ein 3D-World-Level. Trotzdem ist es 2D, aber beinhaltet die... Sieht halt so aus wie Mario 3D World mit dieser Katze, dass man so ein Katzenkostüm hat, wo man Wände hochlaufen kann. Und solche Sachen. Und es gibt halt auch neue Features. Also du kannst jetzt irgendwie Schrägen bauen, die es vorher nicht gibt, die es aber natürlich in Super Mario World damals gab. Und ich glaube, das allerbeste Feature, was ich schon bei New Super Mario Bros. sehr gut fand und bei Toad gab es das gar nicht. Aber das Blöde an den Wii U-Spielen dieser Zeit ist, dass das Miiverse abgeschaltet wurde, das soziale Netzwerk von Nintendo. Und die Funktionen sind aber in den Spielen noch drin. Und deswegen hast du an allen möglichen Ecken, wenn du das spielst, so eine... Ach, übrigens, wenn du das vor 5 Jahren gespielt hättest, dann wäre jetzt ein total tolles Feature, aber du bist leider 5 Jahre so spät dran. Deswegen kriegst du das nicht mehr, du Sack. Und deswegen freue ich mich sehr auf Super Mario Maker, weil das halt extrem viel auf dieses Miiverse-Feature gesetzt hat. Also du hast halt zu jedem Level die Möglichkeit gehabt, irgendwie so ein kleines Bild zu malen oder zwischendurch mal einen Kommentar zu machen. Hey, an dieser Stelle bin ich jetzt schon 47 Mal gestorben, also das hättest du mal anders machen können. Und das hast du halt in der aktuellen Super Mario Maker von der Wii U-Version, gibt es das halt alles nicht mehr. Das nervt mich unfassbar, weil das einen großen Teil des Spielspaßes ausgemacht hat früher. Ja. Naja. Auf jeden Fall, er kommt raus und ich versuche es nochmal irgendwie hinzukriegen, dass die das noch mitnehmen kann. Viel Glück. Dankeschön. Es wird nicht so einfach, weil ich möchte natürlich diese Hülle, diese Verpackung von dem Spiel will ich nicht mit mir rumschleppen. Ja. Ich will nur das Spiel mit mir rumschleppen, aber ich kenne ja genug Leute in Hamburg, denen ich vor dem Abflug die Hülle in die Hand drücken kann. Richtig. Pass mal ein Jahr drauf auf, bitte, auf diese Plastikteilchen. Ja, in dem Jahr, wo ich weg sein werde, kommen auch ein paar Filme raus, die ich gerne sehen möchte. Meinst du denn, es gibt da Kinos, wo du sein wirst? Ja, natürlich. Also ich werde ja unter anderem eine Woche oder zwei in Kalifornien sein. Da gibt es Kinos. Ich werde in Mexiko sein wahrscheinlich. Da gibt es Kinos. Also das ist ja gar nicht das Problem. Ich werde halt die Filme wahrscheinlich dann nicht zum Start gucken jedes Mal. Aber was ich gucken möchte ist The Joker Movie. Also der Film über den Batman-Bösewicht, den Joker. Mhm. Gespielt von Joaquin Phoenix. Genau. Und es erzählt so ein bisschen die, oder eine mögliche Hintergrundgeschichte von dem Joker. Ja. Das ist ja generell bei DC oder in dem Batman-Universum ein bisschen so, dass diese Hintergrundgeschichten sich immer wieder verändert haben. Ja. Also irgendwie bei Batman 89, da war das Jack Napier, war der ehemalige Batman, der ehemalige Joker, der dann in den Säure-Bud gefallen ist. Aber bei der Dark Knight-Triologie, da gibt es halt irgendwie, sagt der Joker selbst, erzählt da dreimal seine Backstory und erzählt halt dreimal was anderes. Ja. Und so ist es halt auch irgendwie in den Comics. Also wenn ich schon so eine Hintergrundgeschichte habe, dann soll sie wenigstens Multi-Ripple-Choice sein. Mhm. Und ich bin da sehr gespannt, wie sie das jetzt gemacht haben. Also DC hat ja leider nicht so den Track-Record, was Filme angeht in den letzten Jahren. In der Tat. Die Nolan-Batmans, das waren halt die letzten guten DC-Filme. Und Wonder Woman war auch nicht schlecht. Wonder Woman war ja auch gut. Ja. Aber ich hoffe da, dass dieser Joker-Film auf jeden Fall deutlich besser ist als Suicide Squad. Und da bin ich sehr gespannt. Da gibt es ja inzwischen auch einen Trailer zu, der ... Also ich habe das Gefühl, nach dem Gucken dieses Traitors, dass es ein relativ bodenständiger Film wird, der sehr, sehr persönlich an dem Charakter Joker dran ist. Und das ist wahrscheinlich auch genau das Richtige. Das, was mich sowieso an Superhelden-Filmen in letzter Zeit stört. Und vielleicht spoiler ich damit ein bisschen Endgame. Also vielleicht klickt er ein bisschen weiter. Es ist mir einfach zu viel. Also diese Masse an ... Das habe ich auch sowieso schon mal erzählt. Also wirklich in Endgame, da erwartest du doch auch, dass du wirklich alle Helden, die jemals irgendwie da waren, da gesehen hast. Ja, aber das war mir im Vorhinein klar. Und ich wusste auch schon im Vorhinein, dass mir der Film deswegen nicht gefallen wird. Und genauso wie es bei Justice League war, wo du dann so einen Megakampf hast gegen so einen Megabösewicht. Das finde ich halt einfach immer scheiße. Ich habe lieber so einen Batman, der gegen den Penguin oder gegen den Joker kämpft. Ich weiß, es ist immer noch unrealistisch. Aber es ist einigermaßen bodenständig. Ja. Und sowas finde ich halt deutlich besser als irgendwelche so Megakämpfe mit irgendwelchen Superhelden, die noch aus einer anderen Dimension kommen, weil die der Superhelden, die vorher da waren, nicht ausreichen, um den Bösewicht zu besiegen. Ja. Ja, ja, das ist ... Ja. Ja. Auf jeden Fall, der kommt raus. Dann kommt heraus Star Wars natürlich. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, am Ende ... Also, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, ich glaube, man kann Trailer nicht spoilern, oder? Ja, es gibt Leute, die keine Trailer sehen. Ja, okay, dann spult einfach mal eine ganze Ecke vor, weil jetzt geht es um Star Wars. Also, am Ende des Trailers von Star Wars Episode 9, der Teaser, der bislang draußen ist, da hört man Emperor Palpatine lachen. Mhm. Und das halte ich für grundlegend falsch. Ich werde da am Ende dieser Woche in minutenweise Matrix nochmal drauf eingehen. Okay. Aber nur kurz gesagt, ich glaube, es ist für das Star Wars Franchise falsch, immer weiter in den vorhandenen Elementen rumzuwühlen und rumzustochen und den Imperator wiederzuholen, wenn es machbar gewesen wäre, einen neuen, starken Bösewicht zu schaffen. So, und bei Snoke haben sie es schon nicht geschafft. Der hätte das Potenzial gehabt. Und jetzt den Imperator wiederzuholen, halte ich halt für falsch. Ich meine, es wäre viel besser gewesen, wenn sie einfach diesen Jungling mit der nicht mehr vorhandenen Maske genommen hätten. Ich habe schon vergessen, wie der hieß. Kylo Ren? Kylo Ren. Ja, genau, Kylo Ren. Und den einfach zu einem sehr mächtigen Bösewicht ausgebaut hätten. Kylo Ren. Ich habe den Trailer nicht mehr so ganz in Erinnerung. Woher weißt du, dass das der Imperator ist? Kylo Ren. Zum einen, weil das ganze Internet das sagt, weil die auch die Lache vom Imperator kennen. Und es lacht halt am Schluss einer so. Und das Internet ist sich ziemlich einig, dass das der Imperator ist. Es könnte natürlich auch irgendjemand sein, der genauso lacht. Es wäre aber sehr, sehr zufällig. Also, ich halte es schon für plausibel. Kylo Ren. Und deswegen, ja, und das halte ich halt für den falschen Weg für dieses Franchise. Weil ich glaube, Star Wars hat das Potenzial, einfach auch mal was Neues zu schaffen. Gerade wenn sie in die Zukunft gehen, die bislang noch nicht geschrieben ist, dann ist es einfach auch blöde, irgendwie in den vorhandenen Filmen jedes Mal irgendwie so einen Luke zurückzuholen und so einen Hahn zurückzuholen und so eine Layer zurückzuholen und R2-D2 auch noch zurückzuholen und C-3PO mit einem roten Arm und so. Also, natürlich kriegst du damit irgendwie die Fans, die sagen, hey, geil, das kenne ich ja aus den alten Filmen noch und die alten Filme waren fantastisch. Aber es wäre halt auch einfach machbar gewesen, zu sagen, okay, wir sind jetzt wer Neues und wir machen eine völlig neue Geschichte. Das hat schon in der Episode 8 mit Snoke nicht geklappt. Der wäre ziemlich gut gewesen. Meiner Wegen hätten sie einfach so einen Kylo Ren nochmal irgendwie aufpusten können und dann als Bösewicht. Aber ja, der Zug ist jetzt alle abgefahren. Ja, tatsächlich bin ich bei Star Wars so sehr zwiegespalten. Ich fand die letzten Filme eigentlich ganz gut, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter finde ich die alten Filme. Und das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, woran das liegt, das ist in den letzten paar Monaten hochgekommen bei mir, dass ich halt denke, dass Star Wars halt auch damals nicht gut war. Ja, Episode 4 ist gut, weil Episode 4 einfach extrem krass das Schema F von Filmen widerspiegelt. Ja, und Episode 7 macht genau das Gleiche, ist halt nur im Star Wars Universum schon bekannt. So, deswegen, deswegen ist der nicht so geil wie Episode 4. Aber es war halt auch nur 4 gut. Die anderen beiden waren auch nicht gut. Die anderen beiden waren nicht gut. Episode 5, den einen immer so hochloben. Nein, die 5 war gut. Nein, Episode 5 ist kein guter Film. Ich glaube, ich muss sie alle nochmal gucken. Ich suche einfach nur und grönen sie alle nochmal gucken. Das mag jetzt eine ziemlich krasse Meinung sein, aber ich finde, Episode 5 ist kein guter Film. Im Episode 5 ist das Imperium schickt zurück. Genau, Episode 5 ist der mit der Wolkenstadt und dem Eisplaneten. Da gibt es ganz geile Szenen drin, aber filmtechnisch ist er einfach nicht sehr gut, weil manche Elemente fehlen. Übrigens, danke Nils für den Wein. Der ist sehr geil, der Primitivo hier. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich muss sie mir die Seite noch mal angucken. Ich habe auch lange kein Star Wars, also nicht mehr die alten Filme geguckt. Ich auch nicht. Ich fand ja auch diese Zwischenfilme, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Was für Zwischenfilme? Ähm, die jetzt, äh, die Disney jetzt rausgebracht hat. Also Solo. Ach, die. Und hier den anderen. Rogue One fand ich fantastisch. Rogue One, ja, Rogue One. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Rogue One nicht den allerbesten Star Wars Film finde. Da habe ich letztens auch irgendwie so eine, bei YouTube so ein bisschen was gesehen, über die Entstehung von Rogue One, wo sie halt auch verschiedene Enden sie überlebten haben. Aber dann gesagt haben, okay, unser liebstes Ende ist das, wo alle sterben. Wir schlagen das mal Disney vor. Und Disney, ja, ja, macht mal. Finde ich gut. Weil das nämlich genau, also, dass der Film so konsequent ist, das verrechne ich dem hoch an. Der ist einfach stimmungstechnisch und konsequentiell ist er einfach sehr gelungen. Und es ist halt ein Kriegsfilm, es ist kein Märchen. Also, ne, das andere sind dann irgendwie diese, diese Heldenmärchen, ne, Star Wars ist immer irgendwie so ein Heldenmärchen. Und deswegen, das ist auch der Punkt übrigens, warum Episode 5 für sich nicht gut funktioniert. Der braucht Episode 6 als Auflösung, um als komplettes Märchen zu funktionieren. Aber für sich genommen ist er einfach unvollständig. Naja, wie die Mausser, auf jeden Fall kommt jetzt ein, äh, der Episode 9 raus. Genau. Und weiß man schon, wie es dann nach weitergeht. Der, ähm, Boba Fett Film, der wurde ja offensichtlich gecancelt. Ich glaube, dass sie sich relativ einig sind bei Disney, dass das zu viel war. Und Kathleen Kennedy hat auch gesagt, glaube ich, also die Macherin hinter den Star Wars Filmen inzwischen, ähm, dass dieser, dieser jährliche Zyklus nicht funktioniert, dass das einfach zu viel ist. Und dass sie sich lieber auf was Neues, ähm, also, dass sie sich auf, auf weitere Zyklen... Aber sie wollen weiteren Geschichten im Star Wars-Universum erzählen. Da gehe ich mal von aus, ja. Ja, also das ist ja auch einfach eine Geld-Kuh. Ja, ja, ja. So, da wirst du nicht, ähm... Keine Geld-Kuh, äh, inzwischen ist ja Men in Black. Men in Black. Ich mochte den dritten Film. Hast du den gesehen? Ich glaube, ja. Ich mochte, also, schon lange her. Ich habe eine ganz interessante Erfahrung mit Men in Black. Ich habe nämlich zuerst gehört, Men in Black, Moment mal, das ist doch das mit diesen Verschwörungstheorien und so. Und dann habe ich gedacht, das ist ein blöder Film, den gucke ich nicht. Men in Black, nee, nee, nee. Also, Verschwörungstheorien halte ich ja nichts von. Dann kann ich auch noch den Film nicht gucken. Und dann irgendwann habe ich begriffen, das ist eine Comedy. Und dann habe ich ihn gesehen und fand ihn sehr witzig. Ja, Men in Black mit Will Smith und Tommy Lee Jones, die halt die Figuren sind, also sind zwei von so einer Geheimorganisation, die dafür sorgen, dass die Außerirdischen auf der Welt gut leben können, ungefähr. Ja, also die, oder die Erde halt beschützen vor den bösen Außerirdischen, aber die netten Außerirdischen dürfen hier leben. Ja. Und dann gab es, glaube ich, den zweiten Teil, wo Michael Jackson mitgespielt hat. Den zweiten Teil habe ich völlig außen vorgelassen. Ich weiß, der endete irgendwie auf einem Dach und dann schießt irgendwie eine Frau ihre Familie wieder zurück in den Weltall oder so. Auf jeden Fall gab es irgendwie, gab es zwei Versionen, glaube ich. Oder es gab vom ersten Teil zwei Versionen, wo am Ende einmal gesagt wurde, wir müssen hier nochmal mit Dennis Rodman reden. Der ist nämlich vor diesem anderen Planeten. Und dann gab es einen zweiten Cut, wo drin steht, wir müssen mit Michael Jackson reden, der ist nämlich von dem anderen Planeten. Und dann kam nicht im zweiten Teil Michael Jackson drin vor. Also ich glaube, dass sie diesen umgesynchronisiert haben. Okay. Um das passend zu machen. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es einmal eine Version gab mit Dennis Rodman, einmal mit Michael Jackson an der gleichen Stelle. Ja. Genau. Und dann gab es Episode 3. Man in Black 3 natürlich. Und den fand ich ganz cool, weil der in den 60ern gespielt hat. Und ich mag generell Filme, die in den 60ern spielen. War das das? Nee. Die Episode 2 war das, wo Tommy Lee Jones am Anfang in so einem Postoffice gearbeitet hat. Genau. Genau. Da haben sie den irgendwie zurückgeholt nach 35 Jahren oder so. Nee. Nach längerer Zeit. War das so? Oder war das Episode 3? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Episode 3. Und dann haben sie den zurückgeholt. Episode 2 ist nämlich das, wo der Schwadde, wie heißt der noch? Will Smith und die Frau, L, zusammen unterwegs sind. Und ich glaube, da haben sie den nicht zurückgeholt, sondern im dritten Teil. Und der dritte Teil, der spielt aber Großteil seiner Zeit in den 60ern. Und mir gefallen auch so Filme wie zum Beispiel First Class X-Men. Wie heißt der noch auf Deutsch? Der in den 60ern spielt halt. Also der Film mit dem Kalten Krieg. Weiß ich auch nicht, wie der auf Deutsch heißt. Oder Madman, die Serie. Weiß du die kennst. Nein. Auch nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Das war irgendwas mit so einer Werbeagentur, ne? Ja, genau. Hab ich auch nicht gesehen. Witzige Serie. Also kann ich empfehlen. Die ist nicht ganz einfach, aber sehr unterhaltsam. Weil die die 60er Jahre und den Alkoholkonsum und Frauen missbraucht und so. Also nicht Vergewaltigung, sondern einfach so. Die Frau ist irgendwie die Person, die im Hintergrund ist und für einen da ist und arbeitet so. Und das nutzt er halt voll aus, der Hauptdarsteller. Und das ist halt unfassbar scheiße. Und sehr plakativ in diesem Film, in dieser Serie. Genau. Und hier, Man in Black 3 hat halt auch in den 60er gespielt. Und ich fand das schön, dass sie einen sehr netten Twist, dessen genaue Details ich voll vergessen habe. Aber ich fand den sehr gut. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt Man in Black 4. Und zwar schon irgendwie diesen Monat oder nächsten Monat. Okay. Hab ich gar nichts mehr mitbekommen. Ich hab nur letztens irgendwie so ein Trailer, flog an mir vorbei. Will Smith spielt leider nicht mehr mit. Tommy Lee Jones auch nicht. Aber es geht auch um eine Frau, die jetzt irgendwie Mitglied werden möchte bei den Men in Black. Und möchte halt irgendwie Mitglied werden. Und dann sagt sie, sagt so eine Frau, die da arbeitet, ja, welcome to the Men in Black. Und die, die da anfängt, dann sagt sie, Men in Black. Und dann sagt die Frau, die da schon arbeitet, ja, don't get me started, I'm working on it. Also dieser Sexismus, der halt in Männer, in Schwarz drin steckt, den spielen sie halt schon miteinander. Also das ist halt schon sehr, dieses Moderne ist halt mit in dem Film drin. Das finde ich ganz cool. Das kannst du auch heutzutage nicht mehr außen vor lassen. Ja. Und das spielt irgendwie in London. Was ja auch irgendwie mal interessant ist. Also nicht irgendwie, nicht New York. Und dann auch die Frau, die ja neu anfängt. Ist halt deren Auto, das steht da vor. Und man kennt ja diese super Autos da aus Men in Black. Ich will fahren. Dann setzt sich rein. Und ihr Partner setzt sich halt neben sie. Und es ist ein Londoner Auto. Es ist ein Londoner. Der Steuer sollte hier sein. Und dann sagt mir der Typ, ja, nicht in diesem Land. Also es ist, ich finde ihn, glaube ich, sehr, sehr lustig, den Film. Also was man davon sieht. Das ist natürlich, ich muss zugeben, Star Wars wird da ein besserer Film sein als Men in Black. Und auch der Joker-Film wird, das kann ich jetzt schon sagen, das wird ein besserer Film sein als der Men in Black 4. Aber ich glaube, Men in Black 4 ist ein ganz gutes Unterhaltungskino. Also das darf man natürlich nicht zu ernst nehmen. Es wird auch nicht der herausragende Film sein. Aber ich glaube, das wird ganz lustig sein. Und ich will ihn jetzt auch gar nicht mit dem ersten Teil vergleichen, weil der erste Teil war halt cool. Der Film wird jetzt was anderes sein. Ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Unterscheidung, wo wir schon bei dem Thema sind, zwischen ich mag den Film und ich halte den Film für gut. Weil ich halte den Film für gut, ist so das, was du bei IMDb oder Metacritic oder so einfach lesen kannst. Da steht dann halt eine Wertung von 6,4 oder 7,8 oder was weiß ich was, wie gut der Film halt in Wirklichkeit ist. So mehr oder minder. Und ich finde den Film gut, ist halt eine völlig andere Hausnummer. Weil das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und ob du Spaß beim Gucken des Films hast, das kannst du halt nur alleine wissen. Genau. Man kann halt auch bei einem schlechten Film kann man halt auch Spaß haben. Richtig. Wenn man halt weiß, wenn man halt von vornherein weiß, das ist ein schlechter Film. Ja. Ich finde zum Beispiel, also ich mag den Film Helden in Strumpfhosen sehr gerne und weiß aber, dass das kein guter Film ist. Oh doch, das ist ein sehr guter Film. Monty Python ist immer ein guter Film. Eigentlich ist es gar nicht Monty Python. Ist nicht Monty Python. Nein, Entschuldigung. Ich habe das gerade mit. So. Also, es ist halt schwer zu sagen. Und so ein Episode 8 zum Beispiel mag ein guter Film sein, aber ich habe ihn nicht sonderlich gemocht. Ich habe es mit Ritter der Kokosnuss verwechselt. Das ist ein anderer Film. Das ist aber ein sehr guter Film. Den mochte ich nicht. Das ist aber trotzdem ein sehr guter Film. So verschieden ist es halt. Also, ich weiß durchaus gute Filme zu schätzen und kann sie trotzdem nicht mögen. Und andersrum eben auch. Und das ist halt eine, die meisten Filme, die ich im Kino gucke, die finde ich gut. Also, die mag ich. Die finde ich nicht unbedingt gut. So. Es gibt halt natürlich Ausnahmen. Den 1997er Godzilla-Film zum Beispiel, den fand ich weder gut, noch mochte ich ihn. Den mit dem T-Lessong von Puff Daddy. Und andere Filme, da weiß ich, dass sie schlecht sind. Und ich mag sie halt trotzdem. Also, Pacific Rim zum Beispiel ist ein Film in der englischen Spalte. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So, Riesenroboter kämpfen gegen Riesenmonster. Nee, das ist Uwe Boll oder so, ne? Nee, ist nicht Uwe Boll. Ist halt so, ich glaube Kaiju heißen diese Monster. Aber so vom Trailer her sah der Film aus, so ein bisschen wie Uwe Boll. Ich habe den gar nicht erst geguckt. Der war aber sehr unterhaltsam. Also, ich mochte den tatsächlich. Und andere Filme, zum Beispiel hier der mit den Aliens, irgendwas mit einem neuen im Titel. District 9. Ja, District 9. Den mochte ich überhaupt nicht, obwohl das offensichtlich ein sehr guter Film sein soll. Ja. Es gibt ja auch manchmal Filme, da möchte man die mögen, obwohl die lobe Filme sind. Also, mir ging das so halt bei Justice League und bei Suicide Squad, ne? Ich möchte, dass das gute Filme sind, ne? Und es hätten auch gute Filme sein können, wenn sie nicht so abgedreht wären. Wenn sie ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben wären. Da sind wir wieder bei dem Joker-Film, ne? Wenn der Film auf dem Boden bleibt, ist es manchmal nicht so schlecht. Auch für Superhelden-Filme. Ja. Ich glaube, dass Joaquin Phoenix als Joker ein sehr guter Darsteller ist übrigens, weil ich den sehr mochte als böser römischer Kaiser in Gladiator. Ja. So. Genau. Ja, andere Filme, Detective Pikachu. Ich wollte gerade sagen, auf meinem Weg zur Arbeit komme ich immer am Oebelgörner Traditionshafen vorbei. Und da ist so ein Kran und der ist gerade eingepackt mit so einem Renovierungskasten drum. Und da ist Werbung für Pikachu drauf. Ah, okay. Okay, das ist ein Film, der tatsächlich diese Woche startet. Am 8. kommt er offiziell ins Kino. Und ich glaube, dass er sehr gut ist. Ich habe das 3DS-Spiel Detective Pikachu, was von der Idee her komplett beknackt ist. Da gibt es ein Spiel. Es gibt ein sehr gutes 3DS-Spiel dazu, wo du halt als Detektiv-Junge zusammen mit Detektiv Pikachu Fälle lösen musst. Also, der Hauptdarsteller heißt Tim, Tim Goodman. Und ich habe das Spiel fürs Elmage getestet. Deswegen weiß ich da so viel drüber. Und der Hauptdarsteller heißt Tim und trifft kurz vor seinem ersten Fall auf diesen Pikachu. Und der Pikachu kann reden und trägt eine Detektiv-Mütze und ist halt fortan bekannt als Detektiv-Pikachu. Aber nur Tim kann ihn verstehen. Und der hat halt die Besonderheit, dass er mit Tim reden kann und dass er mit anderen Pokémon reden kann. Das heißt, das Team von Tim und Captain, Quatsch, Detektiv Pikachu sind sehr gut im Lösen von Fällen. Weil in der Welt von Pokémon gibt es natürlich wahnsinnig viele Pokémon, die dann auch Dinge gesehen haben. Und deswegen kommt er dann Schritt für Schritt der Wahrheit nahe, was mit seinem verschollenen Vater passiert ist. Und das macht als 3DS-Spiel wirklich Spaß. Also, es ist ein gutes Detektiv-Geschichtenspiel, wo einfach dieser Detektiv-Pikachu auch eine sehr, sehr schöne Rolle hat. Weil er so eine extrem rauchige Stimme hat. Das ist total sprachvertonet. Das spielt zwar in Englisch, aber es macht sehr viel Spaß, dass sie die ganze Zeit am Kaffee trinken. Weil die Entwickler sich gedacht haben, so ein Detektiv, eigentlich raucht der immer. Aber das können wir in so einem Kinderspiel nicht bringen. Deswegen ist der immer am Kaffee trinken. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und ich glaube, dass dieser Film, auch wenn die alle sehr, sehr real sind, dass der sehr gut werden wird. Vor allen Dingen, weil auch Ryan Reynolds den Pikachu spricht. Ja, ich habe den Trailer, glaube ich, auch gesehen. Also, ich wusste nicht, dass es ein Detektiv-Pikachu-Spiel gibt. Ich kenne halt Pikachu nur als Pokémon von den Pokémon-Spielen, von denen ich auch keins gespielt habe. Also, ich habe mal so ein bisschen Pokémon Go gemacht. Aber das war halt auch irgendwie nach einer Woche nicht mehr interessant für mich. Und irgendwann hast du mir mal Pokémon-Stadium aufgegeben bei der Komplett. Und das fand ich halt auch bekloppt. Weil ich habe halt null Verbindung mit Pokémon. Und ich kann das verstehen, dass wenn man halt mit so einem Spiel aufwächst und da diese verschiedenen Pokémon-Sachen gespielt hat, dass man das dann gut findet. Aber ich glaube, inzwischen gibt es halt einfach zu viel in dieser Welt, als dass ich dann noch gut reinkommen könnte. Ne? Ne. Doch, das glaube ich. Und ich möchte jetzt einfach nichts hören, weil sonst würde ich mich damit befassen. Das viel größere Gegenargument für dich ist, es ist halt ein Rollenspiel. Pokémon ist per se ein Rollenspiel. Ja. Deswegen, dieses Detektiv-Pikachu-Spiel nicht. Das ist ein Detektiv-Spiel. Aber die anderen Pokémon-Spiele sind immer Rollenspiele. Und das ist halt nicht dein Genre. Ist nicht mein Genre, genau. Es gibt tatsächlich ein Pokémon-Kampfspiel, aber auch das würde ich dir nicht empfehlen. Ähm, nee. Wer ist denn Pokémon Tekken? Das habe ich mich mal für interessiert. Richtig. Das gibt es halt für die Switch auch. Das wäre vielleicht was für mich. Außerdem gab es ja jetzt einen Sonic-Radar zu dem neuen Sonic-Film. Genau. Nächstes Thema. Ja. Ja. Hier ist auch nett, haben wir schon drüber geredet. Hier ist auch nett, ne? Ja, hier ist auch nett. Äh, wie gesagt, äh, wir, wir beenden jetzt quasi unseren Podcast hier. Genau. Dirty Minutes Left endet. Ja. Da, äh, wie ihr vielleicht gesehen habt, das Cover von Dirty Minutes Left, ne? Das sieht halt aus wie so eine Verpackung von einem Videospiel. Nein. Aus den 80er-Jahren. Nein. 80er- und 90er-Jahren. So ein Quatsch. Wie so ein Gameboy-Spiel, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwie eine Cartridge mal basteln können, wo wir den Podcast drauf, ähm, raufpacken können. Nein, wird natürlich nicht passieren, aber, ähm, wir, wir schließen jetzt die Verpackung und, ähm, stellen das Spiel wieder zurück in ein Regal, in den Podcast zurück ins Regal. So sieht's aus. Ähm, immer bereit, um das mal wieder nachzuhören, ne? So wie man alte Spiele nochmal wieder rausholen kann aus dem Regal und die Cartridge reinlegen kann und nochmal hören kann, wird man auch diesen Podcast nochmal rausholen können aus dem Regal und nochmal wiederhören können? Genau. Solange ich das verantworten kann, wird dieser Podcast im Internet existieren. Und in dem Moment, wo ich mich entschließe, den Feed tot zu machen, da wird es auf jeden Fall einen anderen Weg geben. Wahrscheinlich werde ich dann alle Dateien als BitTorrent einfach zur Verfügung stellen. Also der wird euch immer erhalten bleiben. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen. Blausipp. Genau. Ähm, ja, es, es waren jetzt, es waren interessante acht Jahre. Mhm. Acht, neun, acht. Acht. Acht Jahre. Ähm, ja. Neun Uhr ist inzwischen. Nee, nee, es ist, es ist halt jetzt inzwischen echt schon, schon so, so lang, dass man nicht mehr weiß, wo man angefangen hat. Also ich, ich weiß halt, dass wir uns in dem Café getroffen haben und ich dir das, das Kostüm gegeben hab. Ähm, haben wir darüber mal geredet? Nein, ne? Naja, vorhin. Aber über das Kostüm nicht. Über das, haben wir das nie erzählt? Dann haben wir es nie erzählt. Dann haben wir es nie erzählt. Dann wird es ein Geheimnis bleiben, was wir nie erzählt. Wir haben irgendwo drüber erzählt, ja. Okay. Ähm, ja, und, und es ist alt, es hört ja nicht auf, ne? Wir haben einen anderen Namen, wir werden ein bisschen ein anderes Konzept haben, auch wenn wir es noch nicht haben, aber wir werden es haben. Richtig. Ähm. Ähm, und das wird jetzt erstmal für ein Jahr so laufen, also freut euch auf die drei Folgen, die da kommen. Genau. Regelmäßig, alle vier Monate. Genau. Und, ähm, ja, wenn ich wieder da bin aus dem, aus dem Sabbatical, dann gucken wir mal, wie wir, was wir dann machen, was uns dann dummes einfällt. Und, ähm, ja. Richtig. Irgendwas wird es auf jeden Fall geben. Wir werden dem Internet nicht fernbleiben. Genau. Ähm, es war sehr schön, Arne. Lasst uns mal anstoßen. Machen wir. Mit dem Wein von Nils. Äh, vielen lieben Dank, Nils. Und, ähm, wir hören uns dann auf einem anderen Kanal das nächste Mal. Richtig. Tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, die auch andere, Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.